Heute bauen wir ein CSS-Grundgerüst, los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um CSS und zwar um ein reines CSS-Video mal wieder. Und zwar geht es darum, wie man aus CSS Grid und CSS Flex das Beste aus beiden Welten nimmt, zusammensteckt und da halt ein richtig cooles CSS-Layout baut, weil beide Features haben Vor- und Nachteile und heben sich so ein bisschen gegenseitig aus. Was heißt, die Vorteile von Flex beispielsweise sind ein bisschen die Nachteile von Grid und andersrum. Was heißt, die beiden zusammen ergänzen sich perfekt und das werden wir jetzt in einem Video gleich machen. Grundsätzlich, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, wie immer oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord, falls ihr mit der Community joinen möchtet, Vorschläge für neue Videos bringt oder einfach eure Frage zu diesem oder einem anderen Video stellen möchtet. Ansonsten, wie gesagt, alles was ihr in diesem Video findet, ist unten in der Videobeschreibung, in einem Link namens CodePen, ja, zu eurer Verfügung. Guckt es an, macht damit, was ihr wollt. Ansonsten legen wir direkt los. Auf geht's, viel Spaß. So und los geht's mit dem heutigen Video. Wie ihr seht, habe ich hier schon mal etwas vorbereitet in der neuen, oder das erste Video mit der neuen Entwicklungsumgebung, nämlich CodePen. Wie immer findet ihr die Live-Demo oder alles, was wir heute machen, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt einfach drauf und ihr habt das Fenster, was wir am Ende haben. Grundsätzlich habe ich hier schon einiges vorbereitet, weil ich nicht damit Zeit verschwenden wollte mit irgendwelchen banalen CSS-Sachen, sondern direkt mit dem wichtigen Part starten möchte. Und zwar, was kann man aus Grid und Flex am besten nutzen, beziehungsweise wie kann man es am besten verbinden und das Beste aus beiden Welten in seinen Konzepten, in seiner Umsetzung anwenden. Grundsätzlich ist, wir haben ein einfaches HTML-Layout. Wir haben einen Div-Container, der heißt, oder hat die ID-Content und die Klasse Page, die ja umfasst unser gesamtes Konzept mehr oder weniger. Also es geht einmal komplett um zu. Dann haben wir einen Header. Das ist dieser orangene Container hier oben. In dem befindet sich eine H1-Überschrift. In dem befindet sich hier eine Navigation mit ein paar Navigationspunkten. Dann haben wir hier unten einen Inhaltsbereich. Das ist im Prinzip dieser Abschnitt hier, wo nur so ein bisschen Text drin liegt. Und wir haben hier unten noch anschließend ein kleines Zitat. Das ist im Prinzip dieser Abschnitt hier. Das ist auch schon alles, was zu unserem HTML-Konstrukt wichtig ist. Grundsätzlich werde ich das jetzt einfach erstmal zumachen. Wenn wir es später brauchen, greifen wir darauf nochmal zurück. Wie gesagt, werde ich jetzt in Zukunft mit SAS arbeiten. Viele von euch kennen SAS wahrscheinlich schon. Wer es nicht kennt, ich habe dazu Videos gemacht. Einfach eben auf den Channel gucken. Das sind drei kleine Videos. Danach hat man verstanden, wie SAS funktioniert. Oder halt das Video, was wir vor einiger Zeit hochgeladen haben. Beziehungsweise ich hochgeladen habe, wie man die Entwicklungsumgebung anwendet. Weil SAS könnt ihr nicht einfach so im Browser nutzen. Hier habe ich zwei Farben im Prinzip festgelegt. Das ist einmal dieser Orangeton und das ist dieser dunkle Blauton, der hier drin liegt. Dann habe ich den Body ein bisschen gestylt, dass der halt 100% Höhe und Weite bekommt. Und dass der eine Font Size von 10 Pixeln hat. Das ist halt wichtig für die Maßeinheit REM, die wir in diesem Tutorial verwenden. Ich habe hier die Schrift Roboto eingebunden. Ich habe den Hintergrundfarbe gesetzt. Dasselbe gilt auch für den Rest im Prinzip. Ich habe es einfach nur so gestylt, dass es so aussieht wie hier. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass hier unten müssen wir mal ein bisschen kleiner machen. Das Zitat, so sieht es doch schon deutlich angenehmer aus. Grundsätzlich, wie gesagt, habe ich hier nur ein bisschen mit den Textfarben rumgespielt. Ein bisschen Margin überall reingemacht. Aber ich habe nichts sonderlich Komplexes gestaltet. Also das, was hier drin ist, ist wirklich absolut Basics. Und wir werden jetzt wirklich als erstes mit dem Grid-System beginnen. Grundsätzlich basiert jedes Grid-System darauf, dass man einen obergeordneten Container hat. In unserem Fall ist das Page, der wie hier schon gesagt über unserem gesamten Konzept liegt. Deswegen müssen wir unserem Objekt Page, unserem Div-Container jetzt sagen Display.doppelpunkt Grid. Was heißt, wir sagen, hey, du bist jetzt ein Grid-Element und wir wollen mit dir ein bisschen mehr machen, als wir sonst gemacht haben. Grundsätzlich kopiere ich mir jetzt eben drei Zeilen rüber, die ein bisschen was festlegen. Und zwar ist es einmal Grid-Template und Grid-Template-Rows legt fest, ich habe jetzt zum Beispiel später mein Grid-System, dass wir dieses, also in diesem Video nutzen, habe ich drei Rows, also drei Zeilen. Die erste Zeile ist nur sieben Rem groß, also laut hier oben zehn Pixeln, also es ist exakt 70 Pixel groß. Dann haben wir den zweiten Bereich, der ist 80 Few-Height, also unterschiedlich groß im Prinzip. Und wir haben unten das Zitat, was es später geben wird, das besitzt 20 Rem, also 200 Pixel Höhe. Columns ist halt die vertikale Einteilung unseres Grids, da haben wir fünf Grid, also fünf Grid-Boxen, nämlich die sind jeweils ein Fraction auf der gesamten Breite. Also wir haben im Prinzip ist jede dieser Grid-Spalten, wie ihr hier auch teilweise schon seht, die haben sich schon so ein bisschen sortiert, etwa 20 Prozent, also exakt 20 Prozent des Browser-Fensters weit. Aber das wird halt später nicht so aussehen wie hier. Dann sage ich, zwischen den verschiedenen Grid-Elementen soll es standardmäßig ein Grid-Gap geben. In unserem Fall bräuchten wir das eigentlich nicht, für viele Grid-Systeme ist das aber wichtig, deswegen wollte ich es eben hier ansprechen. In unserem Fall, wie gesagt, lösche ich das jetzt einfach hier wieder raus, weil wir es nicht benötigen. Das Entscheidende, worauf ein Grid-System oder was CSS Grid ausmacht, das habe ich in einem vergangenen Video schon mal erklärt, wo wir ganz genau darauf eingehen, ist im Prinzip, dass man Grid-Template-Areas vergeben kann. Das kopiere ich jetzt einfach mal hier rein und das sind drei Abschnitte. Das sind einmal der Header-Bereich, der Inhaltsbereich und hier das Zitat-Bereich oder die Zitat-Sektion sozusagen. Und hier findet ihr auch wieder, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Columns, ja doch Columns im Prinzip, die hier oben ja auch wieder gespiegelt werden. Und da wir drei inhaltliche Bereiche haben, finden sich auch unsere Rows hier wieder. Grundsätzlich wollen wir jetzt als erstes dafür sorgen, was für Vorteile bietet uns das CSS Grid. Und das CSS Grid ist prädestiniert dazu oder einfach wirklich perfekt dazu, große inhaltliche Layout-Angaben, wie zum Beispiel den Header zu positionieren. Und genau das werden wir jetzt tun und das geht sehr einfach, indem wir einfach unserem Header sagen Grid und dann hier Area Header. In dem Moment, wo ich jetzt abspeichere, weiß der Header, okay, er nimmt sich diese fünf Grid-Sektionen, die wir hier festgelegt haben, als seinen Bereich und damit können wir den wunderbar hier oben positionieren in der Seite. Wir können jetzt auch scrollen und es funktioniert alles wunderbar. Das gleiche gilt auch für unser Zitat beispielsweise. Wir kopieren uns das also, gehen hier runter zu unserem Zitat und sagen unserem Zitat, hey, du stehst jetzt Zitat in unserer Zitat-Sektion. Das ist hier unten aktuell. Zack, hier finden wir es. Hier ist das positioniert. Damit haben wir unser Layout schon mal vorgegeben. Das gleiche können wir jetzt auch noch machen für unseren Inhalt. Unser Inhalt beispielsweise, zack, steht jetzt in unserem Inhalt. So, das heißt, wir haben jetzt hier unseren Inhalt positioniert und wenn ihr hier richtig seht, haben wir hier wie gesagt, wir haben fünf Columns und hier habe ich den Inhalt auf 1, 2 Columns beschränkt und habe hier mit dem Punkt all das als leeres Grid beziehungsweise definiert. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich sage jetzt hier noch zwei weitere Inhaltsbereiche, dann habt ihr schon gesehen, wird das Ganze etwas größer. In unserem Bereich wollte ich das einfach nur demonstrieren, indem ich sage, okay, wir positionieren das jetzt hier hin. Wir können hier zum Beispiel auch sowas sagen wie CTA. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier noch irgendwie einen Button positionieren möchten, ist das sehr praktisch. Und das ist im Prinzip der Vorteil von Grid. Was heißt, Grid ist dafür gemacht, Layouts zu erstellen. Grundsätzliche Layoutsangaben, wie ist wo etwas positioniert, das festzugeben. Dafür ist Grid das, was wir gerade gemacht haben, dafür ist Grid einfach wirklich perfekt. Wo Flex entgegen, ja im Prinzip seine Vorteile hat, ist in dem Moment, wo man sowas wie hier oben stylen möchte. Ich könnte jetzt, um den Header zu stylen, sagen, okay, wir kopieren uns jetzt diesen Inhalt hier, schreiben den hier in Header rein, sagen, okay, unser Header besitzt nur einen Bereich, sagen auch, die eine Zeile ist 7RM groß. Dann können wir sagen, okay, wir bleiben hier mal beim Grid von 5, löschen aber diese 3 hier raus oder wir brauchen noch einen mehr. Also wir haben jetzt im Prinzip hier eine Rowanzahl von 5 in unserem Header und ihr seht jetzt schon, okay, das erste hat sich so eingerichtet. Jetzt können wir das hier kopieren und sagen, okay, unser H1 bekommt jetzt, hier sagen wir Logo, hier sagen wir vielleicht Punkt, damit da so ein Abstand ist. Und hier sagen wir Nav, Nav und Nav und sagen jetzt hier, okay, das soll jetzt, unser H1 ist unser Logo, das soll sich hier oben in unserem Logo-Bereich positionieren und unsere Navigation soll sich in unserer Navigation positionieren. So könnte man jetzt vorgehen, wie ihr seht, funktioniert es auch. Das Ding rutscht jetzt aber untereinander, weil ich, wie gesagt, nur drei Sektionen habe und das funktioniert schon irgendwie, aber beispielsweise müsste ich jetzt extra noch dem DH1 Margin und Padding geben, damit das hier auch in der Mitte zentriert ist. Ich müsste hier ewig rumspielen, bis es wirklich in eine Reihe passt und so weiter. Es fühlt sich nicht wirklich hilfreich an und das ist es auch nicht. Deswegen löschen wir das jetzt auch ganz schnell alles wieder raus, weil es gibt eine viel bessere Möglichkeit, das hier oben schön, schnell, einfach zu positionieren und zwar Flex. Das heißt, wir sagen jetzt hier Display, Flex und sagen, okay, unser Header ist jetzt ein Flex-Objekt und sagen jetzt hier einfach Justify und dann sagen wir hier Content und definieren jetzt unser Content, wollen wir positionieren und wir wollen sagen, dass zwischen diesen beiden Elementen Platz ist. Was heißt, unser CSS, also unser Logo und unser Punkt sollen möglichst an der linken und rechten Seite kleben. Und das können wir ganz einfach sagen, indem wir hier sagen Space Between. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, seht ihr schon, es hat sich ausgerückt, dass es nicht ganz bis zum Rand geht, liegt daran, dass ich einmal unsere H1 Überschrift hier ein Margin von 3 Rem gegeben habe. Genau dasselbe habe ich der Navigation gegeben, ebenfalls 3 Rem. Wenn ich das jetzt beispielsweise beides auf 0 setze, dann würde es ganz bis zum Rand rutschen, wie ihr seht. Und wie gesagt, ein bisschen Abstand zum Rand sollte sein. Und das nächste, was wir machen wollen, wir wollen, dass alle Elemente im Header, die sollen einfach zentriert in der Mitte des Headers liegen, egal ob der jetzt wie hier einfach 70 Pixel groß ist oder wenn wir hier sagen, wir wollen jetzt 150 Pixel, soll das ebenfalls, es soll einfach in der Mitte liegen und das kann Flex mit nur einem Befehl. Wir sagen hier einfach Align minus Items und sagen hier Center. Das Ganze speichere ich jetzt ab und zack, es liegt perfekt zentriert in unserem Elternobjekt, in unserem Flexobjekt. Egal, ob ich hier 7, 15 oder sonst was drin habe, es positioniert sich perfekt und es dadurch einfach mit 3 kleinen Befehlen, die ich hier brauche, dem Grid-System schlicht und ergreifend überlegen, meiner Meinung nach. Das heißt, warum soll ich hier ein Grid hier oben implementieren, wenn dieselbe Funktionalität mit 3 kleinen Befehlen gemacht werden kann, die vor allem einfach noch variabler zur Verfügung steht als beispielsweise so ein Grid-System. Das gleiche können wir auch hier unten machen. Unser Zitat soll genau in der Mitte unseres Objektes genutzt werden. Wir könnten jetzt wieder hier hingehen beispielsweise und sagen, wir erstellen uns jetzt ein Grid-Template. Warte, ich kopiere das mal eben hier rüber. Zack, unser Grid-Template-Area und sagen, okay, wir haben jetzt hier wieder, keine Ahnung, wir sagen, wir haben mal ein Grid mit 3 Elementen. Das kopieren wir uns jetzt einfach 3 mal hier hin. Und, wups, 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 zack, und das machen wir ebenfalls noch. Und sagen jetzt beispielsweise, die erste Zeile unseres Grid-Systems ist leer. Und auch die letzte Zeile unseres Grid-Systems ist leer. Und hier links und rechts ist leer. Was heißt, wir haben im Prinzip jetzt ein 9x9 Grid, wo nur in der Mitte das Zitat stehen darf. Das könnten wir machen. Allerdings wäre es dann optisch sehr eingegrenzt. Wir hätten wenig Flexibilität. Es würde in der Mitte stehen. Aber wir bräuchten wieder definitiv hier unten Margin, Padding und jede Menge Rumschieberei, bis es wirklich perfekt in der Mitte steht, bis es so uns gefällt, wie wir es haben wollen. Gleichzeitig kann ich auch einfach sagen, okay, ich kopiere mir diese drei Zeilen hier oben, schiebe die hier unten rein, zack, und sage, statt Display Between, sage hier Center, drücke Enter, und das Ding ist perfekt in der Mitte zentriert. Egal, wie groß es wird, egal, wie groß dieser Text hier wird, ich kann sagen, okay, wir machen jetzt, dieser Text ist ein bisschen lang, ich lösche den einfach so raus, speichere ab. Er wird immer noch komplett in der Mitte zentriert sein, ohne irgendwelche großen Probleme. Und da muss man einfach sagen, diese Features von CSS Flex bieten hier einfach bessere Möglichkeiten. Das heißt, man kann schlussenergreifend sagen, CSS Grid ist eine optimale Möglichkeit, um ein grundlegendes, funktionales Layout zu bauen. So etwas, was wir hier gemacht haben, wir sagen, hier ist ein Zitat, hier ist der Inhalt, hier ist der Header, hier ist die Zeitbar, hier ist der Footer und so weiter. Dafür ist ein Grid perfekt. Oder auch ein wirkliches Grid-System zu entwickeln, wie das, was wir in dem Grid-Video vor einiger Zeit mal gemacht haben. Dafür ist Grid wirklich perfekt. Wenn es darum geht, innerhalb von Grid-Elementen die Inhalte wieder zu stylen, anzupassen, zu formatieren, ist meiner Meinung nach Flex die bessere Wahl, weil es einfach mehr Flexibilität liefert und häufig ein einfacheres Umgehen. Also wenn man sich, wie gesagt, das mit dem Header anguckt, wenn man hier die einzelnen Grid-Elemente, wenn das jetzt nicht nur so ein paar sind, sondern sagen wir, man hat mal sieben, acht verschiedene Elemente hier oben drin, noch mit so einem Call-to-Action, mit Icons und so, man will das einfach zentrieren. Das sind dann hier nur drei Befehle. Bei einem Grid wäre das wieder, ich müsste hier unfassbar komplex werden. Und in dem Moment, wo ich hier mich entferne von fünf, sechs mal fünf Grids, sondern irgendwann den Punkt erreiche, okay, ich will jetzt ein komplexes Interface gestalten und ich habe hier auf einmal Grids von irgendwie zwölf auf zwölf oder sowas, dann fängt es auch an, einfach unübersichtlich zu werden. Deswegen persönlich, sobald Grid komplett unterstützt ist, Grid nutzen, um das Grundlayout der Seite zu bauen und Flex, um die Inhalte so zu formatieren, wie man sie wirklich haben möchte. Das war es schon wieder für diese Woche. Wie gesagt, das Video, also alles, was wir heute gemacht haben, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Grundsätzlich würde mich sehr interessieren, wie ihr die neue Art der Videos findet, also ob euch das gefällt, wenn man das so macht, weil für mich selbst ist es halt auch ein Test. Ansonsten würde ich wieder zurückgehen zur alten Variante. Ich persönlich finde es so einfach angenehmer, weil man im Prinzip den Code ein bisschen besser sieht, direkt hier drin entwickelt und man kann vor allem ohne großen Aufwand kann ich SAS und auch beispielsweise in zukünftigen Videos Babel, also JavaScript ER6 nutzen und deswegen persönlich finde ich CodePen eine bessere Entwicklungsumgebung, aber ich würde, wie gesagt, sehr interessieren, was ihr denkt. Deswegen schreibt auf jeden Fall einen Kommentar unter das Video, ob ihr es gut oder schlecht findet. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video zu lassen, ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik habt und eine Videobeschreibung findet ihr Links zu Twitter, Facebook, Instagram. Ansonsten müssten hier jetzt auch noch zwei Videos einblenden, die euch vielleicht Spaß machen und wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt und eine Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu Amazon, wo ihr einfach etwas kaufen könnt, um diesen Channel mit einigen Cent zu unterstützen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, viel Spaß und ciao.